Wird der Traum aller E-Bike-Fahrer endlich Wirklichkeit? Ein einziges Ladekabel, ein Ladestecker, eine Ladenorm für alle E-Bike Hersteller? Na gut, das schauen wir uns heute in der aktuellen Folge mal ein ganz klein bisschen genauer an. Hallo, grüßt euch zu diesem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute gehen wir einfach mal ganz entspannt rein aus der Laberecke. Zu dem Thema haben wir irgendwann in ferner Zukunft, naher Zukunft oder sogar schon morgen auf allen Fahrrädern den gleichen Ladestecker, den gleichen Standard und ich kann mit einem Ladegerät alle meine Fahrräder aufladen, egal ob Bosch, Shimano, DJI, Brose und wie sie alle heißen mögen. Naja, ich glaube da ist nicht so wirklich aktuell was dran zu sehen, aber mittlerweile es tut sich ein bisschen was und deswegen auch diese aktuelle Folge. Wir haben ja auch gesehen in der Vorstellung von den neuen Bosch Generation 5 Motoren, also die neuen CX-Motoren für Smart System, also quasi die zweite Generation. Egal, alles gut, wurde ja vorgestellt, dass Bosch jetzt auch ein Ladeadapterkabel für den neuen offenen Standard Charge2Bike anbieten möchte. Bosch redete in diesen ganzen Videos, wo die Interviews waren mit vielen Influencern immer so von, ja, rund in ein, zwei, drei Jahren am Thema mal drannen sind und das glaube ich auch, wenn es überhaupt so schnell geht, weil ganz ehrlich, wenn Bosch dieses Ladekabel rausbringt, abends im freien Markt kaufen kann, nochmal ein halbes Jahr später und dann muss es auch noch auf sämtlichen öffentlichen Ladeinfrastrukturen auch noch zum Einsatz kommen. Und Charge2Bike ist aktuell noch keine wirkliche Norm geworden. Wenn wir mal anschauen, wir haben aktuell die zwei großen Anbieter, einmal Bike Energy, die so ein ähnliches Konzept machen mit Ladekabel und einem zentralen Stecker, also relativ ähnlich. Und der zweite quasi, Ongenieur, mit dem Lion Smart Charger oder Lion Box, mit dem öffentlichen Laden und den Kabeln dran, fest verbunden, was ich fast die bessere Lösung aktuell finde. Diese beiden Marken sind aktuell im Umlauf und die öffentliche Ladestruktur ist aktuell da. Von Charge2Bike haben wir aktuell noch nichts wirklich zu sehen. Ich habe allerdings auch noch hier in meinem Umkreis auch noch keine gesehen. Deswegen bin ich da gespannt, ob wir da auf eine Norm rauskommen. Und bevor es die Kommentare volllaufen mit den Gedanken, ja, wie bei USB-C muss die EU eingreifen und irgendeine Norm schaffen, USB-C mit EU und Smartphones und Notebooks und Laden über USB-C, ob man damit den Thema Müllberg verkleinern will, kann, wie es eigentlich gedacht war, bezweifle ich stark, weil die USB-C-Ladenormen, der Stecker ist der gleiche, aber die Normen wandern auch immer weiter hoch. Und vor allem, irgendwann kommen wir Punkte, die wir sagen müssen, wir brauchen dann mehr als 240 Watt Ladestrom und dann wird es beim USB-C auch irgendwann steckertechnisch eng. Also, ja, deswegen, ob die EU da eingreifen muss, ich glaube nicht. Und ich glaube, erstmal haben wir das Problem, eine Ladenorm für alle E-Bikes. Charge2Bike. Wo kommt es eigentlich her? Und bitte googeln anfängt mit diesem Thema, einen Ladestand schaffen für alle E-Bikes. Da wurde dieses Jahr auf der Eurobike auch drüber ein bisschen debattiert, so wie ich mitbekommen habe, wie man es klein ein bisschen aus den Pressemitteilungen rauslesen kann. Und Shademo soll da ein Player in diesem ganzen Thema mit drinnen sein. Shademo? War es denn schon mal vor zehn Jahren irgendwie im Gespräch beim E-Auto-Laden? Genau. Da hatten wir nämlich auch den Shademo-Ladestecker. Der wurde dann irgendwann vom Typ-2-Ladestecker völlig verdrängt. Shademo war der große Runde. Meistens auch blau sogar. Und das war die Ladennorm, die da war. Und die ersten Ladesäulen, die öffentlichen, hatten Typ-2, hatten Shademo zum Laden und CSS vielleicht auch noch. Also quasi der Typ-2 mit der Gleichstrom-Ladung. Mittlerweile ist im E-Auto-Laden Shademo im europäischen Bereich eigentlich völlig raus. Und da haben wir nur noch CSS und Typ-2, das eigentlich gleiche Stecker ist. Nur einmal mit den beiden Pins unten dran für den Gleichstrom-Anteil. Darum geht es aber gerade gar nicht. Shademo hat schon mal eine Norm schaffen wollen im E-Auto-Bereich und hat es nicht geschafft. Zumindest in Europa. Und jetzt kommt Shademo um die Ecke und sagt, ja cool, wir machen eine Norm für die E-Bike-Welt. Ob wir es dieses Mal schaffen? Ich glaube auf noch einem viel schwereren Markt. Weil ein E-Auto-Markt war ja zum Standardisieren noch eine einfache Nummer. Man musste eine Norm finden, um das Ganze in eine Form zu gießen. Ja. Beim E-Bike, ob diese Norm jetzt vonnöten ist, erst einmal mit einem Stecker, ist die Frage. Weil wenn ich mir mein Fahrrad kaufe, lade ich ja ganz ehrlich gesagt 99,995 Prozent meiner Ladevorgänge in der eigenen Garage. Und das Ladegerät ja beim Bike dabei, wo ich einfach einstecken kann. Wie oft lade ich auswärts? Wenn ich aufs Lade mittlerweile nehme ich den Schuko-Stecker und das Ladegerät mit. Weil dann weiß ich auch, dass es funktioniert. Weil die öffentliche Ladeinfrastruktur zum E-Bike-Laden ist gerade naja, zumindest in meinem Dunstkreis hier im Schwarzwald gibt es zwar viele Ladepunkte, aber manchmal nicht erreichbar, manchmal gastronomieabhängig, sind nicht immer eingeschaltet, Punkt, Punkt, Punkt. Und öffentliches Laden heißt für mich, wie beim E-Auto auch, hinfahren, mit dem E-Bike einstecken, Strom kommt raus und ich kann mein E-Bike laden. Und ich möchte keine Abhängigkeiten haben von Rathäusern, von Öffnungszeiten, der Kurverwaltungen und, und, und. Als Thema öffentliches Laden vom E-Bike sehe ich nämlich auch schwierig. Von der Seite der Anbieter, der Kommunen und Co., weil irgendwie muss dann auch mal ein Abrechnungssystem geschaffen werden, erst einmal, weil der Strom kostet irgendwann Geld. Ach, ich lese den Kommentar schon wieder. Ach, die 50 Cent Strom für meine E-Bike-Ladung müssen die mir doch irgendwie schenken. Ganz ehrlich, wir reden über 50 Cent pro Ladung. Wenn es jeder macht, dann haben wir irgendwann Millionenbeträge zusammen, was Stromkosten dahinter hängen. Und da muss man irgendwann auch überlegen, wie rechne ich diese Lösungen auch mal irgendwann ab. Und genau an diesem Punkt sehe ich schon eine Norm schaffen, Stecker, coole Lösung, wenn es funktioniert. Aber viel wichtiger, erst einmal wäre wichtig, an der Norm eine Bezahlmethode anzubauen, dass die Dinge auch nachhaltig funktionieren. Auch eine coole, wichtige Geschichte. Und zum Zweiten, außer dem Thema, den beiden Dingen sollte man auch schauen, dass die Dinge auch immer funktionieren und nicht irgendwie abhängig sind von irgendwelchen Gastronomiebetrieben. Deswegen, da eine Norm zu finden, ist für mich so ein Gesamtpaket, was einfach gesamt funktionieren muss. Und jetzt zum Thema zurück, Schademo und Charge2Bike. Da werden sich jetzt gerade auch Zahlen um die Ohren geschmissen. Einmal von Bosch meiste da gewisse Zahlen um sich in den Videos, die man sehen kann über diese Veröffentlichung. Aber auch, man sieht es, wenn man die Pressemitteilung von Schademo liest, soll man da irgendwie in den Bereich kommen von 800 Watt Ladeleistung auf Schademo-Presseberichtseite. Und die Spannungsbereiche sollen liegen zwischen 10 und 60 Volt und 20 Ampere. Wer jetzt rechnen kann, 60 mal 20 gibt Watt. Also Volt mal Ampere gibt Watt. Und dann kommen wir raus auf 1200 Watt, also 1,2 kW. Wahrscheinlich werden die das auch noch unterstufen mit gewissen Technologien oder halt auch spannungsabhängig machen. Mag sein, alles cool. Aber die wollen 800 Watt Ladestrom zur Verfügung stellen. Bosch packt ein bisschen kleinere Brötchen. Bosch redete jetzt mal von 10 Ampere. Wobei der Räder bei 42 Volt dann auch von 420 Watt, die man in den Bike reinpumpen kann, wo dann ein großer Akku auch voll ist in eineinhalb Stunden. Inwieweit es der Akku verträgt, die Ladtechnologie, das BMS-System im Akku und so weiter und so fort, ist glaube ich ein anderes Blatt. Weil ja die Akkus entwickelt wurden, lang bevor diese Norm auch aktuell mal verhandelt wird. Deswegen bin ich gespannt, wie das hier rausgeht. Und man sieht auch schon genau, wie auch Bike Energy, wo so eine ähnliche Strategie fährt. Mit, ich kaufe mir nur ein Kabel und kann überall andocken, da wo ich quasi eine Bike Energy Station habe. Das ist auch nicht das Allheilmittel geworden, muss man auch ganz klar sagen. Klar, wenn Bosch so einen Player da mitmacht und ein Ladeadapterkabel anbietet für Charge-to-Bike, sowohl für das alte Gen 4 als auch für vielleicht Smart System Gen 5, wie wir auch immer nennen mögen, egal, also für alle Systeme im Bosch-Universum, dann könnte es funktionieren. Aber ihr habt gehört, ein Adapterkabel. Bosch hat nicht den Stecker im Rahmen aktuell geändert. Und auch, glaube ich, aktuell nicht vor. Das heißt, Bosch sagt ganz einfach, wenn du an Charge-to-Bike ran möchtest, kaufst du dir das kleine Adapterkabel und dann bist du Charge-to-Bike fähig, weil die Elektronik zum Aushandeln vom Ladestrom und der Mikroprozessor in diesem Kabel mit verbaut sein wird. Und da kommen wir in den Punkt, Thema einheitliche Ladebuchse. Wo ich aktuell diesen Weg sehe, wo der Bosch schon wieder geht, dass sie ihr System zulassen möchten, was ich verstehen kann als Bosch, verstehe ich es klar, was ich aber nicht verstehen kann als User. Deswegen glaube ich da nicht dran, dass wir irgendwann an allen Rädern die gleiche Ladebuchse dran haben werden. Und auch, wenn wir die ersten Schreibe da kommen zum Thema EU-Muster regulieren, ich glaube, der Aufwand wird immens, weil wir reden über 42 Volt oder 48 Volt Fahrräder, die im Umlauf sind, sehr, sehr viele. Wir reden über 36 Volt Fahrräder. Wir reden aktuell über Lithium-Ion-Akkus. Wir reden wahrscheinlich schon mal irgendwann zwei, drei, vier, fünf Jahre über Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Und andere Technologie, geringere Energiedichte, anderes Thema, auch wichtig. Also, da eine Norm zu schaffen, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und da muss ein bisschen mehr Hirnschmalz reinfließen, als man hockt sich mal zusammen auf einer Veranstaltung, macht mal eine Tagung und fängt mal was an. Anfangen ist wichtig. Nur, Schademo hat es mit dem Autoladestecker auch nicht geschafft, in Europa sich durchzusetzen. Und der Versuch, jetzt reinzugehen ins E-E-Bike-Welt, sehe ich noch schwieriger, als es in der E-Auto-Welt vielleicht funktionieren könnte. Hört es mal unten rein in die Kommentare. Thema einheitlicher Ladestecker. Eure Meinung? Was habt ihr dafür für eine Meinung? Sagt ihr, fände es cool, wenn es kommen würde, aber auch mit den Gewissen klappt es überhaupt? Kann es mal funktionieren? Oder, oder, oder. Hört es unten mal in die Kommentare rein. Würde ich mit einem coolen Austausch einfach dementsprechend freuen. Bitte auch die Kommentare mit ein bisschen mehr Fleisch schreiben. Deswegen ein bisschen mehr Feedback dazu oder ein bisschen mehr Inhalt dazu, wann ihr fahrt, wo ihr fahrt, wie ihr fahrt und ob ihr auch schon mal beim öffentlichen Laden ohne Strom da gestanden seid. Soweit diese kleine Folge. Lasst noch ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.